So Freunde da sind wir wieder zurück bei Auge um Auge Vorherrschaft. Wir spielen wieder mit der Schrot und sind wieder auf Amiens unterwegs wie in der letzten Folge. Warum wir nochmal Amiens kriegen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir es jetzt nochmal. Gut. Wir gucken mal was geht. Wahrscheinlich tot. Hier ist schon jemand. Ich weiß nicht warum er mir mehr Schaden verfügt wie ich. Scheiße, 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 Scheiße. Ich verpisse mich lieber. Das blöde ist dass ich kein Leben regeneriere hier. Das ist echt ein bisschen schade. Ich gehe drauf. Ja und wenn man dann schießt während man gerade getötet wird kommen die Kugeln beim Gegner nicht mehr an. Das ist ein bisschen schade. Weil mein Fahnenkreuz war gerade 100% auf dem Gegner drauf. Ich habe noch geschossen. Aber natürlich den Gegner nicht mehr getötet weil die Kugeln sich in Luft auflösen wenn man dann stirbt. Bisschen schade. Battlefield halt. Also Battlefield 1 ist das fehlerhafteste Battlefield was ich je gespielt habe. Leider Gottes. Schlimm ist dass die Entwickler mit der Zeit eigentlich gelernt haben müssten. Und so langsam ein bisschen schlauer sein müssten was die Sache angeht. Mann. Echt wahr. Du darfst, keine Ahnung. Du musst der Erste sein. Du musst schneller sein als jeder andere. Du musst wirklich schneller sein. Ansonsten ist schlecht. Zwei anderen von mir leben noch, ne? Richtig. Ist wieder richtig gewesen, ne? Der Einzige der wieder stirbt ist Panne. So, wo waren wir hier? So weit weg. Wie weit können wir denn noch weg spawnen? Vom Arsch der Welt. C, oder? Versuchen wir mal C zu holen. Die Gegner haben schon wieder so viele Punkte. Ich weiß gar nicht wie das geht. Einfach die besseren Skills würde ich sagen. Oh Mann. Oh Mann. Blöd umherrennen ist glaube ich auch nicht das Richtige hier. Man muss wirklich trotzdem ein bisschen vorsichtig sein glaube ich. Weil jeder Fehltritt kann schon sein Tod bedeuten. Wenn alles One-Hit ist. Kann schon echt alles ein bisschen kacke sein, ne? Gehen wir zu B? Versuchen wir zu B zu kommen? Komm. Versuchen's. Komm schon, komm schon, komm schon. Schnell mal nachladen. Los. B einnehmen. Schön gemacht. So. Dann gehen wir jetzt wieder zu C. Ich renne mal mit der Horde mit. Mit meinen Homies. Und hoffen wir, dass wir gut ankommen. Dann kämpft glaube ich wieder jemand. Warum stirbt der nicht? Wie viel Schuss muss ich denn in den reinpumpen bitte? Wie viel Schuss? Das würde mich echt interessieren. Drei? Er muss auf 100 Kilometer entfernt und nur einen Schuss in mich reinpumpen. Unlogisch, unlogisch. Die Balance in dem Spiel ist hinüber. So was von hinüber, die Balance. Das Drecksfeuer, man brennt auch sofort. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben sich vorher Benzin übergeschüttet, bevor die ihre Klamotten anziehen, glaube ich. Schütten die erstmal richtig schön noch brennbares Zeug drüber. Damit die auch, ja, an jedem klitzekleinen Feuer sich entzünden. Lichterloh brennen. Ach, komm. Keine Chance. Keine Chance. Er wird von zwei Seiten beschossen, aber er tötet mich noch. Er tötet mich noch, ist halt kein Problem. Wo sind wir? Zweiter Platz, 7-7. Läuft. Auf den ersten jemand mit 12-3. Wahrscheinlich ein Camper. Oder einfach nur Luck. Tod, pass auf. Wird doch gerade eingenommen. Warum hauen die alle ab, wenn hier gerade eingenommen wird? Und wieder ein Camper. Oh Leute, ganz ehrlich, das Spiel kann man langsam nicht mehr spielen wegen dem scheiß Camper. Ich finde, die sollten da echt mal was reinmachen. Wenn jemand länger als 10, 20 Sekunden liegt, dann gehört er raus aus dem Spiel. Raus. Dann gehört er echt raus. Ja. Ich mache so wenig Schaden mit der Waffe, wenn ich treffe. Und andere Leute, die rasten so aus und holen einen nach dem anderen weg. Und du musst aus der Entfernung fünfmal drauf schießen, dass der überhaupt stirbt. Ich weiß nicht, haben die vielleicht nur die Model 10A runtergenommen. Aber andere Leute spielen doch auch die Model 10A. Warum ist die nur bei mir so scheiße? Da, Camper. Schön gecampt erstmal wieder. Ey, ganz ehrlich, es ist so behindert, Mann. Camper, das ist echt so scheiße. Fickt euch einfach, ihr Hufensöhne. Ihr Dreckscamper, Mann. Ihr habt alle so kleine Drecksschwänze. So kleine Pille-Männer. Das ist einfach so. Die sind nur am campen hier. Das ist der Kack-Modus ist das. Ein Kack-Modus ist das. Ganz wenige, die wirklich umherlaufen. Das kann doch echt nicht sein. Das ist doch scheiße gemacht. Das ist doch echt scheiße gemacht. Das Campen wird hier leider irgendwie gefördert, habe ich das Gefühl. Ich kann schnell mal hier rüber. Mit Einblick immer zum gegnerischen Punkt. Weil man ja weiß, wie die Scheiße hier läuft. Komm, 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 komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, wir sind tot. Wo ist sind? Komm, Digga, einnehme jetzt schnell. Komm schon, komm schon, komm schon. Haben wir nice. 3980, ich weiß gar nicht, wie man das schaffen soll. Die holen uns hier so eiskalt weg. Ey, so schnell kann ich gar nicht schießen. So schnell komme ich gar nicht voran. 14, 11, wenigstens plus. Ich versuch's ja, Leute, ich versuch's ja, aber es klappt nicht. Ich weiß auch nicht, warum andere mich immer töten können aus der Entfernung. Warum das bei anderen immer geht. Da links stand noch einer, der hat auch noch drauf geschossen. Und trotzdem haben wir den nicht bekommen. Mann. Tod. Tod wieder, pass auf. Mann, 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 Mann. Das ist doch echt kacke. Das ist doch echt kacke. Ich meine, solche Aktionen hier sehe ich ja noch ein, aber aus der Entfernung. Du triffst drei, vier Mal und trotzdem stirbt der Gegner nicht. Das ist schon ein bisschen unglaubwürdig und blöd. Unglaubwürdig dumm. Hey. Da musst du echt, glaube ich, die Empfindigkeit auf 100 einstellen, damit du einfach relativ schnell reagieren kannst, dich drehen kannst und so weiter und so fort. Ich glaube, alles andere macht hier keinen Sinn, wie man sehen kann. Bei 100 Empfindigkeit muss man die Gegner natürlich auch noch treffen. Ich glaube, hier kämpft wieder jemand. Oh, kann das sein? Da hinten. Du Pisser. Das steht dir recht, Digger. Komm schon, die Base gehört uns, Mann. Ey, voll getroffen, Mann. Er hat noch 36. Das ist doch wohl lächerlich. Auf eine Art wäre es cool, wenn man hier Medics hätte, ja. Und man stirbt so oft aus Dummheit des Spiels. Äh. Zwei hat er noch, bitte. Das ist doch scheiße. 22, 16, naja. Wir haben alle Basen. Wir werden zwar nicht mehr aufholen. Was ist er denn? Nun, tötet ihn doch, wenn ihr hier seid. Tod. Die rennen uns übertrieben um. Zwei. Was kann ich denn mit zwei noch anrichten? Da muss ich alle instant töten, um zu gewinnen. Versuch nochmal hier. Wir haben aber einigermaßen aufgeholt. Das ist schon mal ganz cool. Irgendjahr gekämpft hier, oder? Ich häng fest. Ich häng fest. So ein Scheiß. Ich bin eh tot. Oh, von hinten kommt sie auch. Ja. Dass ich den auch wieder nicht getötet habe, Mann. Manche Gegner kann man einfach nicht töten. Man kann machen, was man will. Man kann treffen, wie man will. Sie gehen nicht drauf. Sie sterben einfach nicht. Oben, komm. Digga, ich habe Angst gekriegt. Da drin ist jemand. Wir haben ihn. Nice. Ah, Mist. Von hinten wieder, Mensch. Gegner eliminiert. So ein Scheiß. Wie steht's? 27, 18. Wir kommen langsam hoch. So langsam kommen wir hoch hier. So langsam werden wir vielleicht warm mit dem Modus. Ich weiß nicht. Okay. Okay. Ich muss sagen, so ein Modus nur mit Sniper wäre irgendwie auch ganz lustig, finde ich. Obwohl, warte mal, wir holen mal die Bays da hinten. Vielleicht ist da keiner. Und wir können uns so noch ein paar Punkte sammeln. Scheiß drauf auf den Alleingang. Komm, komm, komm. Da kommt jemand. Ist unsere Leute okay? Vielleicht haben wir noch eine Chance. Läuft. Komm schon. Ich bin sorry, Bo. Oh, Mann. B. Ja, komm, wir gehen mit zu B. Boah, wir rennen hier rum. Es hört sich immer an, als würde hinter mir jemand laufen, aber es läuft keiner. Paranoia. Er tötet mich. Hehe. Ach, komm. Komm, Digga, komm. Komm schon. Ich glaube zwar nicht, dass wir das noch schaffen, aber naja. 100. Wie steht's? Ja, wir haben einen guten Vorsprung. 30, 20. Ich denke mal, den zweiten Platz haben wir uns gesichert. Wie auch immer. Komm schon. Komm, Digga, wir müssen B einnehmen. Von wo? Ich seh die gar nicht, die Typen. Ich seh die nicht. Ich seh die einfach nicht. Ich will ja, aber ich seh die nicht. Ich weiß nicht, wir könnten's vielleicht noch gewinnen. Ich seh auch gar keinen. Digga, verpisst euch. Kurz nach lang, komm. Komm. Die Base haben wir, das ist schon mal gut. Ich seh auch nix. Oh, wieder das scheiß Feuermann. Das Drecksfeuer in dem Spiel. Es entzündet, du brennst einfach nicht da los. Du brennst nicht da los. Ohne Grund. Und tot. Ein Schuss habe ich noch. Komm, lad nach, komm, lad nach, komm, lad nach, komm, lad nach. Reicht. Wo ist er? Wo war er denn nun schon wieder? Schon wieder ein Camper. Wie er sich da oben eine schöne Position sucht, wo er sich ja nicht bewegen muss. Hinsetzen und nichts mehr machen. Schön campen erstmal eine Runde. Freut man sich, ne? Mann, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So ne Scheiße. Schaffen wir nicht mehr. Schaffen wir leider nicht mehr. Er guckt gerade aus und schießt rechts runter. Pavel. Mit 16, 10 hat er solche Skills. Und kann in Kurven schießen, ohne dass er da hinguckt. Geil. Gut gemacht, Pavel. Stimmt, ein Aim-Bot oder so. Er wurde zur Zeit nur von hinten getötet. Deswegen hat er 10 Tode. Man muss wirklich zugeben, Leute, ja. Viele von euch denken wahrscheinlich, man kann doch hier gar nicht sheaten. Doch, das geht sehr wohl. Genauso wie in Rainbow Six Siege. Und wer schon mal bei mir im Stream mit dabei war, der weiß, dass man schon mal auf einen absoluten Cheater getroffen ist, den man einfach nicht töten konnte. Der hat nicht mal zurückgeschossen. Man hat draufgehalten. Der stand vor einem und man konnte ihn nicht töten. Man kann sheaten, Leute. Man kann es. Es ist auch hier möglich. Es ist in jedem Konsolenspiel möglich. Auch wenn man immer glaubt, sicher zu sein. Es ist nicht so. Man ist nicht sicher. Es kann überall sein. Man weiß es nur nicht. Und bei Battlefield vielleicht ein bisschen unauffälliger als wie bei Rainbow Six. Ja, bei Rainbow Six, wenn du auf jemanden draufhältst und der stirbt einfach nicht, und dann halten zwei Leute drauf und der stirbt immer noch nicht, obwohl er vorne steht und sich nicht wehrt, dann fällt es natürlich auch. Bei Battlefield ist alles schnell und man kommt gar nicht wirklich dazu. Shit. Naja. 38, 27. Ui, 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 ui. Ja, hätte ja noch sein können, dass wir das Ding noch gewinnen hier. Schade eigentlich. Ich hab gedacht, okay, komm, vielleicht schaffen wir es noch. Schade. Echt schade, aber gut Punkte gekriegt eigentlich. In nicht allzu langer Zeit. Naja, naja, fast 20 Minuten, ja. Ist doch ein bisschen blöd. Aber naja. Truppenunterstützer. Yes. Läuft. Japaner steht mit dabei. Komm, Battlepack. Yes. Läuft, so ein Muster. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Kommentieren nicht vergessen. Teilen könnt ihr es wieder natürlich gerne auch. Und dann sehen wir uns im Stream in der nächsten Folge. Wie auch immer, haut rein. Servus.